Dreadnought bedeutet, dass dieses Schiff nichts Angst hat. Diese waren die definierenden, die geschlossenen Ende der neuen Technologie am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sie sind gezeichnet, um unsinkbar zu sein. Kanobu, das, was rauskommt, pesert mehr als eine Tonne. Das ist die Größe von einer kleinen Auto. Die Rolle, die Seemacht damals noch in ganz anderem Maße als heute gespielt hat, das Prestige, das von Seemacht ausging, das Identifikationspotenzial für Bevölkerung und Nation. Yet the Dreadnoughts cannot deliver a conclusive victory for either side. Shortly after the end of World War I, the German fleet is interned in Scotland. So Britain was totally behind the idea of reducing Germany's naval strength to nothing. Under the watchful eye of the British Guards, the German Admiral secretly issues a momentous order. Nobody is prepared for what happens next. He doesn't have any choice. His only choice is to deny the Allies what they want, which are his ships. It was in gewisser Weise mysteriöses oder geheimnisvolles haftet im Ereignis nach wie vor an. So you just can't see the next couple of years.